Auch Mornings, das ist so ein Paradebeispiel. Das ist glaube ich die Map, wo du am meisten umbauen musst. Ah, gut. Deswegen spielen wir sie jetzt. Ja, das gefällt mir. Ne, das finde ich gut. Bist du bereit? Ich bin voll bereit. Let's go. So. Bin. Sei stolz auf mich. Ich werde jedes Replay von heute, will ich mir genüsslich reinziehen und durchanalysieren. Und alles von dir kopieren. Ja, sehr gut. Jeden kleinsten Schritt. Du machst ja schon wieder so ganz dirty Sachen dahin. Ich seh das schon. Ja. Da machst du Wind rein. Oh mein Gott. Warte, 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 warte. Oh, cool, das geht auch. Das will ich aber gar nicht. Ich bock die hier. Da hab ich mir. Geschaut. So. Mhm. Na. Ich mach hier Hogos Pocus Sachen, Alter, ist es so schön. Also ich muss sagen, wenn man Moorings kann, es sieht einfach so schön aus. Bisschen Magier. Ich will mich da jetzt nicht zu zählen, aber äh, es ist so schön. Ah, hier mach ich doch, glaub ich, zuerst lieber die zweite. Oh mein Gott. Ganz erst irgendwie andere, wenn wir uns im Ranked sind. Bitte? Was man sucht? Dass die Map-Version ein bisschen anders sind als im Ranked aktuell. Also, die Maps, die wir spielen, sehen genauso aus wie im Ranked. Aber, also wenn sie jetzt im Ranked ist, das weiß ich jetzt nicht. Doch, ich glaub schon. Ich glaub, normalerweise startet man nämlich mit nem Lager jeweils. Äh, äh. Ah, 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 ah. Der, Klassiker. Kann sein, dass ich ein bisschen verloren bin gerade. Aber, so, mein Kopf sagt mir. Da müssten eigentlich Lager sein. Und es waren keine Lager da. Ne, hier sind tatsächlich keine Lager auf der Map am Anfang. also alles gut alles richtig gemacht okay habe ich also richtig gemacht gut ja also du musst die schon noch bauen ach so ach so aber vergesse ich auch immer sehr gerne also würde die zwei bilden zwischen ja gut 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 ich glaube mit emp ist dass das lassen wir mal lieber das lassen wir lieber naja so aha also auch ein spiel unterwegs hey er lernt direkt krass schön wenn du wieder dahin ich bin abgeschaut vergessen ich denke die ganze zeit ich vergesse alles hier ich bin so gefordert aber ich bin so gestresst weil ich so denke okay gleich kommt irgendwas gleich kommt irgendwas nein kein stress kein stress ich mache hier ganz entspannt windturbine noch hast du da gleich etwas schon erkennen gibt es ja nicht ja ja naja ist der bo falsch okay boah das ist so nasty gefällt mir wenn du sowas sagst ganz ehrlich ich bin da ich freue mich dann naja falsch hauitzer du willst doch du willst doch auch einfach nur schmutzig sein oder richtig richtig zuhlen richtig rein so die noch dahin könnte ein bisschen zu hoch sein aber naja gucken wir mal ja das war nix machen wir mal neu machen wir mal neu machen wir mal neu machen wir mal so na machen wir mal der hindergrundholz zack zack den noch oder den hier na ja komm oh ne schade geht nicht aber ist auch ok machen wir es halt so oh kommt da schon was das war ein guter schuss ja ouch der war gemein das sollte er auch sein mein schmerz selber auch mal finden kannst na falsches gerät die haben noch gut ne oder ja spannend so guck mal wir flogen hier des todes das geht nicht frech nein ach das ist so klein lol ich hab noch nie so kleine teile durchgebaut dass es einfach zu klein war so warte kurz ganz friemlich hier alles umbauen und gleich wieder bei dir ist ok ich hab ein bisschen Zeit lassen ja ich probiere es ach das war also ich meine das setup ist halt schon nice aber die amount of time die ich hier investieren muss heute auch wieder sehr denglisch unterwegs äh das ist ja insane wo wir schon beim Thema sind in Sahne so jetzt aber hier mal zurück geschossen ok ja schöner try schöner try mit dem sniper gefällt mir sehr gut zero damage zum glück an der stelle zero damage so ein Mist aufgebaut hier schon aufgebaut hier ui 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 hat auch weh mhm ja das war so aus ja ha 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 nein da die ressourcen gönne ich mir mal kurz ne hol dir hol dir so dann gucken wir mal da mal rüber ok da unten sind es ein paar Ganner da muss mal ein Sniper her ne jetzt lass mich auch das noch ah jetzt habe ich zu lange gebraucht um das so oh ne Kreissäge ne die siehst du gar nicht oder? die ist auf platzieren ja aber aber sonst so ne seh ich nicht genau Gott ey ich bin so gestresst das ist gut spür wie es dein körper durchfließt schießt oh zanzack schön knappes ding ja was mach ich jetzt hier ich freu mich auch was ich hier grad mache hm das passt da nirgendwo hin da will ich es nicht hier passt es auch nicht mehr rein oh Fragen über Fragen komm einfach da rein ja schöner try schöner try äh also ne was halt try haste ja geschafft Mann ich verbaue mich hier die ganze Zeit du weißt was du gut kannst? ganz gut die Leute stressen ist das ein Kompliment? ja ja doch kannst du dir weißt du so oh Gott ja bitte? ne alles gut ich bin in meinen Gedanken ich denke laut jetzt nochmal ein neuer Versuch Redamage oh 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 nein da ging es noch hoch ja man ey da hast du grad die Tür aufgemacht, wa? ja ich wollte ich dachte mir dass dein Snap jetzt also dein dein Versuch jetzt kommt zu schießen ich wollte zurück snipen, aber hab sie gedacht 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 aber das gute ist einfach weiter einfach weiter ja also ist noch alles drin mein Kennenturm da oben muss nur einmal fallen und ich bin halt GG genau und wenn ich alles gelernt hab dann trotz kann man sehr gut Comebacks machen oh ja also würde schwierig für dich werden aber du schaffst das ja also nicht weil du es bist natürlich so dabei ja klar ist schon eine ganz schöne Übermacht die sich hier aufgestellt hat oh ja das brauchst du aber auch nicht mehr oder? ne es war halt Gewicht so weißt du was mich so runter gezogen hat genau und ich dachte hey lass dich nicht so runter ziehen es kommt noch ein Mörser dazu ja? hab ich jetzt richtig gehört? ein bisschen ein bisschen weiter ein bisschen weiter immer noch ein bisschen weiter aber das liegt auch wirklich an diesen blöden Weg den die haben ich glaube ich muss hier mal kurz Stability feilen dass das hier gleich einen Abgang macht gib mir dieses Strebe danke hä warum ziehst du das nicht? das war doch perfekt tu es er will es nicht frech halt so Mörser geht gleich weiter äh ja kannst kurz noch warten wenn du willst kurze Unterbrechung genau ah das ist der ein Scanner wa so also heute lassen sich die Streben ganz besonders schwer ziehen sag ich wie es ist die Gönner da oben will ich aber nicht die Gönner da oben will ich aber nicht ja oh nein oh mein Gott das ist ein Spiel hier kann man jederzeit zurückkommen junger Palavado was macht der? er kommt zurück okay ja gut jetzt muss ich jetzt andere Seiten aufziehen ne also das geht ja so nicht war wahrscheinlich diese kleine naja weiß ich nicht was das war naja weiß ich nicht was das war wir lassen da jetzt ok wieder ein paar mehr ne oh einer kommt durch ey wo 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 Energie wo es ist ja alles alles ist tot alles ist weg oh boy oh boy oh boy oh boy wo hast du denn jetzt zwei Kanonen her? ja in dem ich halt gebaut aber wann ja als du kurz oh mir fehlt eine Batterie nein das ist nicht so gut ja ach der alten hat den ganzen Turm abgerissen Ich komme mir immer noch nicht drauf klar. Geht's halt an der Stelle. Oh, die Mörser, die waren doch freundlich so. Ja, waren sie wirklich vorüber geguckt. Oh, Technologie reparieren. Ja. So, gucken wir mal hier. Alles klar, dann machen wir das so. So, jeder Splash-Damage wird mitgenommen. Oh, da wurde geklaut. Das habe ich aber gespürt. Aber jetzt wird zurückgeklaut. Nee, hör auf. So, ein paar Schuss darauf und dann haben wir es, oder? Aber Kreissägen werden hier nicht geduldet. Das ist no Kreissägenland. Ja, tut gut weh, tut gut weh. Ist das Ding bumm? Nein. Ah, die sind doch nicht mehr so gut. Jetzt stehe hier. Da haben wir da noch einer. Ja. War das hier auf den Dorsen? Nein, das spüre ich. Ich spüre es. Nee. Nee. Nee, nee. Also, ich liebe dieses Setup auf der Map, ne? Aber wie da alles kaputt gerauscht ist, das entzieht sich noch meiner Vorstellungskraft gerade. Ha, ha, hu, ha, ja, oh, oh, komm durch. Hu, knappes Ding. Nee, aua. Ja. Hm, zack. Ah, zack. Ja, aber das ist da, das, also. Ja. Das ist das, hm? Spricht sich aus. Komm, Kreissäge, bitte. Ah, zu slow das Ding. Zu slow einfach. Ja, gar nix. War wir da los? Schön. Okay, okay, es wird ein bisschen intensiver, wahr? Ja. Nice. So still geworden ist. Oh, da kommt wieder die aktive Fähigkeit. Man spürt es sofort. Das ist dieses Zucken im Nacken. Die Mörser, die magst du nicht, ne? Hm, die kannst du gerne behalten. Also, weg. Weg! Oh, das ist aber auch böse. Nee, nee, das ist, okay. It would be a shame, if someone had a sniper. Du hörst jetzt auf damit. And sniped a cannon. Du hörst jetzt auf damit! Ja. Also, zu mir leid. Ne? Wie du mir so in dir. Also, das ist, das gilt auch in Forze. Das Grundschulklassenprinzip. Mann, ey, es war zwischendurch so gut. Ja, es war wirklich sehr gut. Ich hab immer alles gekillt. Aber ich kam da nicht durch. Du hättest gewonnen, hättest du deine Schüsse auf eine Stelle gebündelt. Ja, ich hab's versucht, dann am Ende da. Du hast ja eine Reihe, wo nur hinten beim Chor direkt eine Metallstrebe ist. Ich hab versucht, da durchzukommen, aber hab's nicht hinbekommen. Sehr schönes Game, aber sehr, sehr schönes Game. War knapp, war knapp. Es war zumindest knapp her, ja. Ja, war knapp als die anderen. War schon ein gutes Game. Vor allem auf Moorings. Aber ich, also diesen Turm, ne? Der war geil. Das ist mir gefallen. Da guck ich noch mal rein. Ich hätte auch Cross-spray müssen. Das war ein Fehler, dass ich das nicht getan hab. Aber wie ist das kaputt gegangen? Ich hab, glaub ich, echt einfach unten die Metallstrebe getroffen. Ach, da rein. Hallo, ich seh's grad, ja. Es lag einmal da, dass ich die Cross-spray-stab. Ach, Mann, ist das ärgerlich. Ich bin so voll entspannt. Ich bin der Kanone geändert. Mann, wie alles hochgegangen ist. Mann, ey, da hättest du dich wirklich einfach killen können. Aber deswegen ist es... Ach, shit. Jetzt hätt ich selber... Man kann immer comebacken, hast du gesagt. Ja, man kann immer comebacken. Ach, shit. Hätt ich jetzt den Sniper gehabt, ne? Ja, genau. Dann wäre natürlich auch der Howie weg gewesen. Genau, genau. Dann wär wahrscheinlich, also... Wär sehr schwierig geworden ohne Howie. Deswegen ist mein Base, nach dem einen... ...einen Kill da auf meine Cans, war die so nach vorne gelagert. Ich konnte da nix mehr irgendwie elterrichtig hinbekommen. Ohne die Angst haben, dass alles gleich wegklappt. Hätt ich die Howie da bekommen. Danach noch. Dann wär's, glaub ich, over gewesen. Ja. Das kann sehr gut sein. Damit konnte ich halt auch noch so ein bisschen APM bei ihr rausziehen. Ja, genau. Das war schon...